Ein besonderes Konzert, das Symphonic Game Music Concert. Das WDR Rundfunk Orchester spielt Musik aus bekannten Videospielen. Und wir spielen mit euch jetzt auch ein Spiel, beziehungsweise mit Jasmin aus Geldenkirchen. Hallo, äh, Geldenkirchen. Hallo Jasmin. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Du kannst Tickets bekommen für das Konzert morgen Abend. Und zwar möchten wir gerne, dass du herausfindest, was das hier für ein Videospiel im Original ist. Moment. Vielen Dank.